Wir kommen in der nächsten Figurenfolge. Wir sind im Quickste. Ich starte mit den Herrenschritten. Ihr habt eine Rechtsdrehung, Kreisendrehung, Unterdrehung, Chassis nach links, eine gelaufene Linksdrehung, vierer Lauf und geht dann wieder in eure Rechtsdrehung hinein. Ihr habt eine Rechtsdrehung, Kreisendrehung, Unterdrehung, Chassis nach links, Lauf, Lauf, links rum, rück, eins, zwei, drei, vier und Rechtsdrehung. Ich weiß gar nicht, wo ich da noch drauf bin, probiere es gleich nochmal. Starten wir für die Herren. Rechtsdrehung, Kreisendrehung, Unterdrehung, Chassis nach links, Lauf, Lauf, links rum, rück, eins, zwei, drei, vier und Rechtsdrehung. Die kurze Seite ist zu kurz für die lange Seite. Das tanze ich normalerweise auf der langen Seite. Ich probiere es nochmal klein, klein, klein zu tanzen. Dann sieht die Bewegung nicht so schön aus, aber ihr seht vielleicht alles vollständig. Rechtsdrehung, Kreise, Unterdrehung, Chassis nach links, wir laufen in Linksdrehung, quick, quick, rück, vierer Lauf und Rechtsdrehung. Ich hoffe, jetzt war alles drauf. So, die Damen. Mittels. Ich bin alle da noch. Rechtsdrehung, Kreise, Unterdrehung, Chassis nach links, gelaufene Linksdrehung, quick, quick, slow, quick, 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 slow, Rechtsdrehung. Da passt der gar nicht mehr drauf. Das da fühlt sich noch größer als jetzt her. Die Damenschritte nochmal, klein, klein, klein. Sieht die Bewegung nicht so gut aus, aber ich hoffe, dass ich es auf die kurze Seite der Fläche kriege. Hup, schau mal. Und Rechtsdrehung, Kreise, Unterdrehung, Chassis nach rechts, gelaufene Linksdrehung, quick, quick, vierer Lauf, eins, zwei, drei, vier und Rechtsdrehung, rechts, drei, vier, 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 vier,